Also, gegenüber der Bühne im Infozent, da gibt es die Zertifikate, da gibt es die Poster, da gibt es die Fotos und natürlich auch die Sachpreise. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das war's jetzt wirklich. Tschau. Go, Paul! Go, Paul! I love you! You're my hero!